Bist du manchmal gelangweilt, wenn du ein Lego-Set aufbaust und dafür dann mehrere Stunden brauchst? Nun ja, es gibt Leute, die bauen riesige Lego-Dioramen, die teilweise dafür Monate oder Jahre benötigen und denen wohl nie die Motivation ausgeht und deren geniale Mox werden wir uns heute einmal ansehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Los geht's! Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Breakstory. Heute würdigen wir die Leute, die sich viel Arbeit mit einem riesigen Lego-Mock gebaut haben, die da viel Herzblut reingesteckt haben, viel Geld investiert haben und eine fantastische Welt erschaffen haben, in die wir uns jetzt hineinlassen dürfen. Wir haben unter anderem was von Castle mit dabei, wir haben was von den Pirates mit dabei, wir haben was unter anderem vom Lego Movie mit dabei und auch was von Mittelerde und noch viel mehr und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Los geht's mit Platz Nummer 5. Auf Platz Nummer 5 haben wir Hobbiton oder das Arwenland gebaut von Jake Hansen und Cole Blood. Schaut euch an, wie idyllisch das einfach aussieht. Also ich finde, es ist teilweise sogar ein bisschen langweilig, könnte man sagen, aber genau durch diese Langeweile und genau durch dieses Genüssliche, finde ich, wird diese Atmosphäre der Hobbits, die auch im Herr der Ringe und auch Hobbit-Film sehr gut rübergebracht wird, perfekt hier mit diesem Mock auch nochmal dargestellt. Und ich finde, da kann man sich einfach stundenlang hinsetzen, diese ganzen Bautechniken bestaunen, den Hobbits zugucken, wie sie angeln oder durch die Gegend laufen. Was ich vor allen Dingen auch noch schön finde, sind diese verschiedenen Farben der Türen der einzelnen Hobbit-Häuser. Dann finde ich es auch noch sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig für uns als Bautechnik mitzunehmen, wie er hier diesen Hang gebaut hat. Denn wie ihr wisst, Hobbingen ist so ein bisschen abfallend und dann sind da diese Hütten dazwischen, aber man muss auch immer diese Schrägen gut bauen und er hat das hier sehr schön gemacht und unter anderem hier auch bei dem Weg hat er nochmal sehr schöne Techniken verwendet, um so eine Steinwand zu erzeugen. Das finde ich, hat er ziemlich gut gemacht und ich finde auch hier unten den See nochmal ganz anschaulich. Auf jeden Fall ein verdienter Platz 5. Auf Platz Nummer 4 haben wir was ziemlich Spannendes, wie ich finde, und zwar eine Lego Movie World oder ein Lego Movie Studio. Ich glaube nicht, dass es was zwangsläufig mit dem Lego Movie selbst zu tun hat, sondern dass es eher so ein bisschen so ein Filmstudio ist. Es gibt ja auch zum Beispiel das Disneyland und so weiter, wo man verschiedene Attraktionen der verschiedenen Filme begutachten kann. Und er hat hier das Ganze wohl nochmal mit verschiedenen Filmen von unterschiedlichen Lizenzpartnern gemacht. Und ich finde, das ist einfach so das, was ich mir damals erträumt habe. Also ich hatte damals immer verschiedene Sets von Star Wars, von Herr der Ringe und die standen immer einzeln irgendwo rum und ich wollte die immer irgendwie kombinieren. Und so einen Filmpark damit zu bauen, finde ich einfach eine richtig, richtig coole Idee. Wir haben hier unter anderem Isengard mit dabei mit dem Turm von Ortenk. Ich glaube, der hat sogar noch ein Stockwerk dazubekommen. Dann ist der hinten auch noch offen, dass man da reingucken kann und Gandalf und Saruman zugucken kann. Dann haben wir hier unten noch natürlich die Orks. Wir haben das schwarze Tor, was hier nochmal mit dabei ist, hinter so einer Mauer natürlich. Dann haben wir hier oben nochmal die Leuchtfeuer, wo dann Gandalf nochmal mit dem Adler drüber fliegt. Okay, es scheint kein Leuchtfeuer zu sein. Falls ihr wisst, was das genau sein soll, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber was ich noch viel spannender finde, ist hier der Todesstern. Wir haben ja einmal den Todesstern in der Mitte, das ganz normale Lego-Playset. Und der Todesstern hält verschiedene andere Planeten aus dem Star Wars Universum, also zum Beispiel Javin und so weiter hier hoch. Und es gibt sogar auch noch einen zweiten Todesstern. Hier könnt ihr ihn hier vorne sehen. Das ist dann nochmal die Mini-Plameten-Variante. Ich finde, das ist einfach eine schöne Idee. Da fliegen ja nochmal diese verschiedenen Fighter drumherum. Aber was mir eigentlich fast noch am besten gefällt, ist der Avengers-Tower, den ihr hier im Hintergrund seht. Ihr könnt sehen, es ist eigentlich noch gar nicht der Avengers-Tower, es ist noch der Stark-Tower. Aber das ist einfach, das gefällt mir richtig gut. Das ist die Schlacht um, oder den Kampf um New York, sag ich mal so, wie wir ihn aus dem ersten Avengers-Teil kennen. Das sind die ganzen Chitauri, dann haben wir hier den Hulk, Thor und so weiter. Dann haben wir noch den Daily Bugle, das ist ja auch das offizielle Lego-Set tatsächlich. Und dann hat er hier diesen Stark-Tower gebaut. Ist teilweise noch ein bisschen kantig, aber ich finde vor allen Dingen das Logo hier mit dem Stark hat er sehr, sehr gut gemacht. Und dann auch hier oben nochmal das Portal, wo die Chitauri dann rauskommen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut und ich finde einfach die Idee, das alles so auf einen Haufen zu machen, sehr, sehr kreativ. Anschließend haben wir eine Lego-Castle-Kreation. Und Castle ist ja immer so eine Sache bei Lego, das bekommen wir nicht ganz so oft. Aber hier haben wir eine riesige Burg und zwar von Marco den Besten. Und zwar ist es Amortuk. Und schaut euch einfach mal an, wie riesig diese Burg ist. Ich meine, so viele Steine habe ich, glaube ich, nicht mal. Und ich glaube, die Grundplatte würde nicht mal hier bei mir in die Wohnung passen. Wunderschön. Ihr seht, hier hinten ist eine etwas größere Burg, die sich so ein bisschen nach oben immer bewegt. Und vorne ist nochmal ein bisschen Wasser mit ein paar Schiffen. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal ein paar Details an. Erstmal ist es so, dass ihr sehen könnt, dort gehen die Minifiguren rein. Offensichtlich ist das so ein Untergrundeingang. Ich denke, dass der auch in die Burg reinführt tatsächlich. Also, dass Minifiguren da theoretisch langlaufen könnten. Dann seht ihr hier nochmal das Wasser und dann hier nochmal ein Schiff. Das ist auch sehr schön mit dem Segel gebaut von dem Lego Herr der Ringe Schiff tatsächlich. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Gleiches gilt dann hier für das nächste Schiff. Das sind, glaube ich, die Segel von der Queen Anne's Revenge. Auch nochmal eine ganz nette Bautechnik. Dann laufen die hier hinten mit den Town Towns durch die Gegend. Und dann haben wir nochmal ein paar genauere Blicke auf die Burg. Wirklich schön gebaut. Ich weiß einfach nicht, was man hier noch besser machen sollte. Dann seht ihr hier, da sind ganz viele Gimli-Minifiguren. Offensichtlich hat er davon auch einige doppelt. Und dann könnt ihr nochmal so eine kleine Brücke sehen. Und nochmal einen großen Gesamtüberblick über diese Burg. Ich finde es einfach wahnsinnig beeindruckend, sich sowas auszudenken. Dann auch noch mit dem ganzen Wald davor und den ganzen Flüssen, dem Wasser und so weiter. Finde ich sehr, sehr cool. Habe ich großen Respekt vor. Anschließend haben wir den Erebor. Der Erebor, ihr seht hier das erste Bild. Das sieht jetzt erstmal gar nicht so groß aus. Das ist der Erebor von Migalat, nur zur Info. Aber wenn wir jetzt mal das nächste Bild angucken. Das ist der kleine Zwerg, der gerade vor dem Berg stand. Und ihr seht hier die Org-Minifiguren zum Größenvergleich daneben. Das Teil ist riesengroß. Und das ganze Teil hat auch noch ein XXL-Interieur. Ich würde sagen, wir müssen uns das Ganze mal genauer ansehen. Fangen wir erstmal von hinten an. Ihr könnt sehen, das ist die hintere Struktur hinter dem Berg. Diese ganzen Säulen, alles aufzubauen. Wow. Es sieht einfach nur genauso aus wie im Film. Das finde ich einfach schön. Da kann man sich hinsetzen und dann kann man diese ganzen Säulen verfolgen, wo die genau lang gehen. Dann geht es natürlich weiter. Ihr seht hier vorne, da sind die Zwerge. Die haben das Tor verbarrikadiert. Das heißt, man kann die Szene aus dem Film noch nachstellen. Und wenn wir nochmal nach innen gehen. Er hat die Anfangsszene hier auch nachgestellt, wo die Elben dann kommen um Sranduil. Na gut, ich glaube, das ist jetzt noch Thorin dann zu würdigen. Der seht ihr auch wieder da drin, sind auch nochmal die Zwerge nachgestellt mit den vielen Hammern. Ihr seht, dieser komplette Thronraum ist existent mit diesen ganzen Säulen. Das ist ja eigentlich alles CGI im Film. Hat er hier aber sehr schön nachgebaut. Dann da, wo sie den Arkenstein finden, da wo das ganze Gold im Erebor liegt, was dann halt noch gebuddelt werden muss, sag ich mal. Dann seht ihr hier die goldenen Hallen mit den Felsen unten drunter. Da hat er auch noch schön hier von der Seite so einen Lichteinstrahl reingebaut. Und halt nochmal den Eingangsbereich, wo dann auch Smaug am Ende durchläuft. Der könnte da, glaube ich, sogar auch durchpassen durch das Tor. Aber ich finde es ein wahnsinnig beeindruckendes Mock. Und jetzt muss er nur noch Tal bauen, dann hat er das Ganze komplett. So, und bevor wir jetzt zu Platz Nummer 1 kommen, habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar kriege ich sehr, sehr oft Anfragen und Fragen nach Tipps, wie man eine Lego City bauen kann. Und leider bin ich da aktuell überhaupt nicht qualifiziert für, denn ich habe keinen Platz, um eine Lego City zu bauen. Schon leider. Aber ich kenne einen anderen Kanal, der auf jeden Fall da sehr gute Tipps geben kann. Das ist Bob Brickman. Der hat jetzt schon fast 50 Episoden hochgeladen darüber, wie man eine Lego-Stadt bauen kann. Und er baut auch seine eigene. Die ist leider noch nicht ganz fertig, sonst hätte ich sie auf jeden Fall hier aufgenommen. Denn ich gucke ihn selber gerne. Es macht Spaß, ihm zuzugucken. Er hat auf jeden Fall Ahnung von dem, was er macht. Das heißt, wenn ihr gerne eine Lego City bauen wollt und da noch Tipps sucht, dann guckt auf jeden Fall gerne bei Bob Brickman vorbei. Auf Platz Nummer 1 haben wir das, was alles in den Schatten stellt. Vom Detail her und von den Steinen her auch. Und zwar ist das Port Rogue von Rogue Bricks. Einer Lego Users Group, die sich zusammengetan haben mit 18 Leuten und gemeinsam dieses riesige Mock gebaut haben. Ihr seht, es ist ein riesiges Piraten-Layout. Wir haben hier erstmal vorne so ein paar Inseln. Dann sind da nochmal ganz viele Schiffe, die sie einfach noch gebaut haben. Diese Schiffe sind auch nochmal mit besonderen Bautechniken ausgestattet. Wir haben hier hinten dann einen riesigen Hafen, wo die Schiffe nochmal alle reinfahren können. Und vor allen Dingen, das wo jetzt nichts gebaut ist, das ist alles mit Transclear blauen Steinen ausgelegt. Das heißt, die mussten diese Steine überall hinsetzen, haben überall alles nachbearbeitet und so weiter. Einfach beeindruckend, was hier für einen Aufwand getrieben wurde. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr müsstet so eine 38x38 Studs große Bauplatte mit solchen Transclear Steinen besetzen. Da sitzt man auf jeden Fall schon mal ein paar Stunden dran. Und dann halt diese ganzen Details, die ihr hier sehen könnt. Leider gibt es jetzt nicht so viele einzelne Bilder, die ich finden konnte. Nur diese Collage hier. Wahnsinnig schön aus. Und mein Riesenrespekt für die Leute, die sich da zusammengetan haben. Und vor allen Dingen, dass sie das auch noch organisiert bekommen haben. Dass das am Ende alles irgendwie zusammenpasst. Also ihr seht, da sind keine groben Fehler drin, dass es irgendwo nicht passen würde. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr beeindruckende Sache, die wir hier haben. Ich habe mal grob gerechnet, wie groß das Teil ungefähr sein sollte. Falls ihr da konkrete Informationen habt, meldet euch gerne bei mir. Und zwar sind hier geschätzt sechs graue Baseplates auf der Breite. Und ich habe mal neun Baseplates nach hinten geschätzt. Was es auf eine Gesamtfläche von 7,7 Quadratmeter bringen sollte. Das ist gigantisch groß. Ich meine, das würde bei mir nicht mal in die Wohnung passen. Ich finde es, wie gesagt, eine super Aktion von den Leuten, dass sie sich da zusammengetan haben. Auf jeden Fall weiter so. Und ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, dass ihr jetzt eure eigene Lego-Stadt startet. Und da ein bisschen Zeit verbringt. Ein paar tolle Mocks baut und einfach Spaß mit Lego habt. Noch einen ganz schönen Tag und bis dahin. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.